Ich bin gerade am Essen kochen und ich dachte in der Zwischenzeit kann ich euch mal ein paar Tipps geben, wie ich das hinbekomme, dass meine Bananen schneller reifen, weil die Frage bekomme ich immer mal wieder. Die hier habe ich jetzt schon auseinander gemacht. Die liegen jetzt seit zwei Tagen schon neben Äpfeln, da passiert aber noch nicht so viel. Aber es geht auf jeden Fall schon mal schneller. Hier sind die Äpfel. Ich habe nur Äpfel zu Hause, damit ich die neben die Bananen legen kann. Also der erste Tipp ist auf jeden Fall, dass man die Bananen alle auseinander macht und die einzeln hinlegt. Ich habe jetzt noch die hier. Die lasse ich jetzt noch zusammen, damit die langsamer reifen, weil ich brauche ja nicht alle auf einmal. Nicht direkt auf die Heizung, sondern hier aufs Fensterbrett. So, hoppala. Und jetzt kommen hier noch ein paar Äpfel drauf. Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Die lege ich jetzt einfach nur in mein Regal rein und lasse die normal reifen und wenn es halt wieder schneller gehen soll, dann nehme ich halt die nächste Ladung zur Heizung. So, und das hier ist jetzt nicht mal 24 Stunden später.